Haustechnik Lauter, Ihr Fachbetrieb für Bad, Solar, Heizung, Brunnenbau, Wärmepumpen und regenerative Energie. Wir erweitern Ihre bestehende Heizungsanlage, in diesem Fall eine Ölheizung mit einem Holzkohlekessel. Genutzt wird dafür ein Nebenraum, der an den Heizungsraum angrenzt. Die Anlage wird als Komplettpaket geliefert und besteht aus einem 15 kW Festbrennstoffkessel, einem 825 Liter Pufferspeicher, der thermischen Ablaufsicherung, dem 100 Liter Ausdehnungsgefäß, der Pumpengruppe mit einer Energieeffizienzpumpe Klasse A, der Kesselsicherheitsgruppe und dem Feuerzugsregler. Um beide Anlagen zu steuern, wird eine separate Regelung installiert. Diese gewährleistet die kontinuierliche Funktion beider Heizungsanlagen untereinander. Legt beim Holzkessel keine Wärme mehr an, übernimmt die vorhandene Heizungsanlage automatisch den weiteren Heizbetrieb. Der Kessel ist mit einem Katalysator ausgerüstet, der die Bundes-Emissionsschutz-Verordnung Stufe 1 erfüllt. Zugelassene Brennstoffe sind naturbelassenes Stückholz und braunen Kolibriketts. Die Füllraumtiefe vom Kessel beträgt 550 mm, der Füllraum hat eine Größe von 65 Litern. Die empfohlene Scheitholzlänge beträgt 500 mm. Das Rohrleitungssystem wird in die vorhandene Anlage eingebunden und besteht in diesem Fall aus zäh Stahl. Die Rohre werden gepresst, dadurch ist eine schnelle und saubere Verlegung ohne Einsatz von Lötgeräten und Schweißbrennern möglich. Nach erfolgter Montage werden alle Rohrleitungen mit alukaschierter Steinwolle isoliert, um den Wärmeverlust so gering wie möglich zu halten. Untertitelung des ZDF, 2020 Haustechnik Lauter Haustechnik Lauter Ihr Fachbetrieb für Bad, Solar, Heizung, Brunnenbau, Wärmepumpen und regenerative Energie. Friedrich Engelsstraße 46 in 02991 Lauter oder unter www.haustechnik-lauter.de